Jeder Nutzer des Internets, wie wir es heute kennen, mit Axta wird jeglicher Datenverkehr im Internet auf in irgendeiner Form urheberrechtlich geschützten Inhalt untersucht. Dinge, die für uns alltäglich sind, werden unmöglich sein. Wenn du zum Beispiel einfach nur ein Video mit den Fotos deines letzten Urlaubs mit Musik hinterlegst, kann es dir nicht nur passieren, dass dein Video gelöscht oder blockiert wird. Du kannst sogar eine Anzeige halten und ein Internetanschluss kann vom Provider gesperrt werden. Das Erstellen eines Videos für YouTube oder andere Videoportale mit Fotos, Bildern oder sonstigen visuellen Contents unterliegt mit Musik der Lieblingsband oder des Lieblingskünstlers, ist somit ausgeschlossen. Axta verpflichtet Provider, somit auch Betreiber von Sörern dafür verantwortlich zu sein, was frei im Netz angeboten wird. Darin wird...